Krimi-Fans kennen Nord by Nordwest. Jedes Mal im Januar gibt es regelmäßig zwei neue Folgen der Reihe. Auch dieses Jahr gab es Der Ring und Wilde Hunde. Beides super erfolgreich, denn jetzt wurden direkt zwei neue Folgen in Auftrag gegeben. Wir wissen also schon, wie es bei Nord by Nordwest weitergehen wird. Falls ihr die Serie nicht so gut kennt, in der Nord by Nordwest-Reihe greift der Tierarzt und ehemalige Polizist Hauke Jakobs der örtlichen Polizei immer wieder unter die Arme. Die Hilfe hat die auch dringend nötig, denn in der Kleinstadt Schwanitz, man ahnt es kaum, liegt an der Ostsee ganz idyllisch, passieren doch immer wieder sehr merkwürdige Ereignisse. Erst kürzlich wurde es in den vergangenen Episoden Der Ring und Wilde Hunde dramatisch bei Hauke Jakobs, Hanna Wagner und Jule Christiansen. Mit einem Marktanteil von 27,1 Prozent haben die beiden Folgen im Januar schon wieder bestätigt, dass Nord by Nordwest der erfolgreichste Donnerstag-Krimi im Ersten ist. Also gibt es zwei neue Folgen, die dann im Januar 2023 ausgestrahlt werden. Mit dabei, das wissen wir schon, sind die üblichen Verdächtigen Hinnerk Schönemann als Hauke Jakobs, Jana Klinge als Hanna Wagner und Marleen Lohse als Jule Christiansen. Die kommenden Episoden werden Kanasta und Natalia heißen und die haben mit einer mysteriösen Mordserie in einer Spielrunde und einer geheimnisvollen russischen Frau zu tun, die scheinbar von mehreren Geheimdiensten gleichzeitig gesucht wird. Sowohl bei Kanasta als auch bei Natalia führt Felix Herzogenrath Regie, der auch schon die Folge in eigener Sache inszeniert hat. In der sechsten Folge der Reihe ließ ja Hauptfigur Lona Vogt ihr Leben, ihr wisst es vielleicht noch, aber wir haben die Hoffnung, dass die neun Folgen im Januar dann keine schlimmen Verluste haben. Die Drehbücher stammen wieder von Nils Holle, der zusammen mit Holger Carsten Schmidt ja wirklich für alle Folgen von Nord by Nordwest verantwortlich ist. Das heißt, wir bekommen den üblichen Humor, wir bekommen die schrägen Situationen, wir bekommen tolle Mordfälle und vielleicht endlich mal einen Hinweis, ob sich denn Hauke Jakobs und Jule Christiansen endlich mal finden und ihre Beziehung einen Schritt nach vorne macht. Wäre ja mal was. Wir erfahren es definitiv im Januar 2023, denn dann gibt es die beiden neuen Folgen von Nord by Nordwest. Wir sehen uns beim nächsten Mal.